Maconaris Weg zum Feuer Maconari war ein besonderes Kind. Schon sein Aussehen ließ das erahnen. Orange-rote Locken kringelten sich wie kleine Flammen um sein Gesicht. Seine Augen waren dunkel wie Kohlen, und in ihnen brannte eine Glut, mit der er jeden, dem er begegnete, gebieterisch ansah. Maconaris Eltern kümmerten sich aufmerksam um ihn. Sie schenkten ihm all ihre Liebe und Güte. Auch die Dienerschaft bemühte sich beständig um sein Wohl. Äußerte er einen Wunsch, wurde er erfüllt. Wurde er wütend, versuchte man gleich, ihn liebevoll zu besänftigen. Langweilte er sich, sorgten alle für Unterhaltung. Weinte er, legten sich sofort tröstende Arme um ihn. Maconari war ein Kinga-Tanga, ein Prinz. Er stammte aus dem Geschlecht der Feuergebieter und war ein direkter Nachfahre der Feuergöttin Makoika. In diesem Bewusstsein wuchs Maconari heran. Schon mit der Muttermilch hatte er die Macht aufgesogen, die sie fest in sich verankerte. Aber dieses Wissen tat Maconari nicht gut. Je älter er wurde, umso mehr wollte er seine Macht zeigen, sie benutzen. Dabei ging er oft hinterhältig vor. Ließen ihn die anderen Kinder beim Spiel nicht gewinnen, erzählte er seinen Eltern Lügengeschichten über sie und sie wurden bestraft. Gab man ihm nicht ohne zu zögern das Essen, nachdem er verlangte, wurde er augenblicklich krank, krümmte sich vor scheinbar unerträglichen Schmerzen. Vor Sorge bleich ließen die Eltern ihm die gewünschten Speisen sofort holen, egal von wie weit her. Makonari war jetzt 14 Jahre alt und wurde immer störrischer, rücksichtsloser und herrischer. Nur in Gegenwart seiner Eltern mimte er den freundlichen, liebenswerten Jungen. Der Blick der Eltern war verklärt. Sie waren von seiner Ehrlichkeit und Herzenswärme überzeugt. Schließlich war er der Ur-Ur-Urenkel von Mako Ika. Und so kannte Makonari keine Sorgen und keine Angst. Seit einiger Zeit jedoch, abends, wenn er mit seinen Eltern am Feuer saß, von sanften Tönen des Glockenspiels umgeben, beschlich ihn ein unangenehmes Gefühl. Wann immer er in die Flammen schaute, verträumt und ohne Gedanken, dahingleitend in die Welt seiner Fantasie, sahen sie ihn plötzlich an. Zwei Augen im Feuer, den Blick durchdringend und klar auf ihn gerichtet. Wann immer diese Augen Makonari ansahen, ihn in ihren Bann zogen, wurde ihm unerträglich heiß. Sein Herz glühte förmlich, pumpte sein Blut heiß durch die Adern seines Körpers bis in die Spitzen seiner Finger und Zehen. Makonari entzog sich diesem Blick dann immer, indem er aufstand, seinen Eltern hastig eine gute Nacht wünschte und in seine Hütte eilte. Dort stieg er sofort in einen Trog mit eiskaltem Wasser, den er vorsorglich von den Dienern aufstellen ließ, um diese verzehrende Hitze aus seinem Leib zu vertreiben. Nun geschah es aber, dass die Eltern Gäste hatten. Sein Onkel Tutuni, ein Priester der Wassergeister, war zu Besuch. Am Abend saßen sie alle miteinander am Feuer. Sofort pochte Makonaris Herz heiß. Mühsam löste er seinen Blick aus den Flammen, erhob sich und wollte zu Bett gehen, nicht ohne vorher in den Wassertrog zu steigen. Doch an diesem Abend bat ihn sein Vater zu bleiben, um den Besuch des Onkels zu würdigen. Makonari versuchte, den Vater umzustimmen, aber der blieb unnachgiebig. Makonari fühlte die Glut in seinem Inneren pochen. Die Hitze breitete sich in jedem Winkel seines Körpers aus. Gleichzeitig stieg die Wut in ihm hoch. Noch nie, wirklich niemals hatten seine Eltern einen seiner Wünsche ausgeschlagen, ihn gar zu etwas gezwungen. Und jetzt, gerade als er zu verbrennen drohte, im schlimmsten Augenblick seines Lebens, da beharrte der Vater auf seinen Befehl. Denn dies war es inzwischen. Makonari bettelte zuerst verzweifelt, dann stampfte er mit den Füßen, schrie den Vater an, schimpfte und tobte. Der Blick des Vaters wurde immer härter, ähnelte dem Blick aus den Flammen, während die Mutter versuchte, Makonari zu beruhigen. Aber Makonari war außer sich vor Wut und Schmerz. Grob stieß er seine Mutter zur Seite, sie stürzte zu Boden. Der Vater sprang auf, eilte zu ihr. Der Onkel jedoch, Tutuni, blickte Makonari an und erkannte, was in dem Jungen vor sich ging. Ihre Blicke trafen sich. Tutuni ließ seine Augen nicht los. Und plötzlich war Makonari, als ob kühles, frisches Quellwasser ihn durchströmen würde. Die Hitze ließ nach, die Glut in seinem Herzen erlosch und die Schmerzen hörten auf. Erst jetzt wurde Makonari klar, was geschehen war. Mutter und Vater sahen ihn an, zum ersten Mal mit Erkennen und Enttäuschung im Blick. Der Vater befahl Makonari zu gehen. Makonari folgte dem Gebot. Das verzehrende Feuer in seinem Inneren war erkaltet, aber die Wut war geblieben, die Wut auf die Augen im Feuer. Makonari trat gegen den Wassertrog, das es spritzte. Dann legte er sich auf seine Schlafstätte. Er schluckte, versuchte verzweifelt die Wut, die wie ein Kloß in seiner Kehle saß, durch die Enge seines Halses zu schieben. Es gelang ihm nicht. Er wusste, von nun an würde alles anders sein. Makonari konnte seine Eltern nicht mehr täuschen. Sie hatten ihn erkannt. Die Augen, die Augen im Feuer waren schuld. Mit ihrem durchdringenden Blick, ihrer Gnadenlosigkeit, der Qual, die sie in ihm entfachten. Makonari hasste diese Augen. Nie wieder sollten sie ihn anblicken. Ihm kam ein Gedanke. Er wartete, bis alle schliefen. Dann schlich er durch das Dorf, ging von Feuer zu Feuer, von Herd zu Herd und löschte die Flammen und löschte die Glut. Erst als kein einziges Feuer mehr brannte, ging er heim, legte sich nieder und schlief mit der Gewissheit, die Augen im Feuer für immer verbannt zu haben. Am nächsten Morgen erwachte Makonari vom Lärm aufgebrachter Menschen und verzweifelten Rufen. Diener hetzten umher, die weisen Alten des Dorfes waren schon bei seinem Vater. Gemeinsam berieten sie und schauten sorgenvoll. Makonari kannte den Grund der Aufregung. Die Feuer waren erloschen. Triumph stieg in ihm auf. Er hatte gesiegt. Ein Diener stand plötzlich vor ihm, um den Befehl seines Vaters auszurichten, zu ihm zu kommen. Makonari stand sofort auf und ging zum Rat der Ältesten, dem sein Vater vorstand. Auch Tutuni war da und saß in der Runde. Alle Blicke richteten sich auf ihn. Makonari wurde warm. Schon befürchtete er, die Hitze würde zurückkommen. Aber außer der Wärme, die ihm rote Wangen verursachte, geschah nichts weiter. Du hast die Feuer des Dorfes gelöscht. Der Vater blickte Makonari streng an. Unter dessen Blick konnte Makonari nur nicken. Du hast dem Volk großen Schaden zugefügt, Makonari, sagte der Vater. Die Feuer sind erloschen. Durch dich sind Wärme und Licht verloren gegangen. Das Schlimmste aber ist, dass du unsere Ahnen, Makoika, damit beleidigt hast. Die Folgen sind grausam und schrecklich. Es gibt nur einen Weg, uns das Schicksal der Kälte und der Dunkelheit zu ersparen. Du musst zur Feuergöttin gehen, sie um Verzeihung bitten und um das Anzünden der Feuer. Niemals! Makonari drehte sich um und lief weg. Wie konnte der Vater das von ihm verlangen? Er wusste, wem die Augen im Feuer gehörten. Es waren die Augen von Makoika und niemals wollte er diesem Blick wieder begegnen. Die Tage vergingen. Im Dorf herrschte eine traurige Stimmung. Nachts froren die Menschen. Tiere kamen in der Dunkelheit ins Dorf, steilen ihnen Vorräte, griffen sie an. Am Ende gingen Makonari alle aus dem Weg. Keiner sprach mit ihm, keiner wollte ihm begegnen. Niemand sah ihm in die Augen. Die Kälte und die Dunkelheit der Feuerstelle breitete sich im Herzen aller aus. Neid wuchs heran, Misstrauen und Gier. Die Töne des Glockenspiels waren verstummt. Eine bedrohliche und bedrückende Stille breitete sich im Dorf aus. Eines Tages stand Tutuni vor ihm. Makonari wich erschrocken zurück. Tutuni sah ihn an, tief und durchdringend. Dann sprach er, Makonari, du hast große Schuld auf deine Schultern geladen. Das Glück ist aus deinem und dem Leben aller hier gewichen. Du kannst es zurückholen. Du bist der Ur-Ur-Urenkel von Makoika, der Feuergöttin. Geh zu ihr und tu deine Pflicht. Makonari fühlte die Wahrheit aus Tutunis Worten in sich aufsteigen. Angst erfüllte sein Herz und seine Sinne bei der Vorstellung, der Feuergöttin gegenüber zu treten. Dann sah er sich um, sah die Dunkelheit, die Kälte im Herzen seines Volkes und endlich begriff er. Er hatte den anderen geschadet, war immer nur auf sein Wohl bedacht gewesen und nun mussten alle dafür büßen. Tutuni blickte ihn immer noch an. Ich werde gehen, sagte Makonari. Zum ersten Mal sah er in den Augen seines Onkels den Funken des Respekts. Und dieser Funke erwärmte ihn, machte ihn stolz. Makonari wusste jetzt, was er zu tun hatte. Er ging zu seinen Eltern, begegnete dem Blick seines Vaters standhaft und teilte ihm seine Entscheidung mit. Die Augen des Vaters spiegelten das Gleiche wie die Tutunis. Der Blick der Mutter war von Freude, Hoffnung, aber auch Traurigkeit durchzogen. Sie trat auf ihn zu, schloss ihn in die Arme und hielt ihn kurz fest. Dann hob sie die Hände und erteilte ihm ihren Segen. Makonari drehte sich um. Tränen verschleierten seinen Blick. Es gab nur einen Weg und den würde er jetzt gehen. Drei Tage war Makonari nun schon unterwegs. Sein Weg führte ihn durch dichtes, dorniges Gebüsch, über einen reißenden Fluss, durch eine wüste, trockene Ebene. Durst, Hunger und Schmerz begleiteten jeden qualvollen Schritt. Aber so war die Regel. Wer zu Makoika gelangen wollte, musste diese Hindernisse überwinden und sich würdig zeigen, indem er diese Lasten trug. Am Morgen des vierten Tages war es soweit. Mit der glühend rot aufgehenden Sonne erreichte Makonari die Trimtina, das Heim der Feuergöttin. Der Eingang der Höhle sah aus wie ein weit aufgerissenes Drachenmaul. Rauchschwaden zogen heraus, ein schwefeliger Geruch stieg Makonari in die Nase. Sein Herz pochte laut. Makonari zögerte. Aber dann trat er entschlossen in die Dunkelheit des Inneren. Das Atmen fiel schwer, der Schwefelgeruch bis in den Augen, im Hals, in den Lungen. Makonari wurde schwindelig. Trotzdem, entschlossen, ging er weiter. Der Gang der Höhle führte steil hinab, tief hinein in die Erde. Makonari rutschte aus und stürzte. Auf dem Geröll am Boden kam er ins Rutschen, unaufhaltsam, immer schneller, bis plötzlich der Boden endete und Makonari fiel, fiel, fiel. Makonari wollte schreien, aber seine Stimme versagte. Krampfhaft suchte er nach einem Halt. Seine Hände griffen jedoch ins Leere. Er hoffte, einen Lichtstrahl zu entdecken, aber die Dunkelheit umfing ihn erbarmungslos. Ein lautes Zischen ertönte in dem Moment, als Makonari aufschlug. Nicht fest und schmerzhaft, aber unendlich heiß. Makonari lag auf einem rotglühenden Bett feuriger Lava. Völlig unerwartet, wie aus dem Nichts überkam Makonari eine geradezu unheimliche Ruhe. Dann würde er eben sterben. Makonari wollte sich nicht mehr fürchten. Er wollte nicht mehr kämpfen. Hunger und Durst hatte er gelitten. Schmerzhaft war der Weg hierher gewesen. Aber das alles hatte er auf sich genommen, um seinen Fehler wieder gut zu machen und seinem Volk das Feuer zurückzubringen. Das Einzige, was er sich jetzt noch wünschte, ehe die Lava ihn verschlang, war sie zu sehen, Makoika, die Feuergöttin. In dem Moment, als ihm das klar wurde, trafen sich ihre Blicke. Er erkannte sie gleich, die Augen im Feuer. Unverwandt schaute er sie an. Doch diesmal gehörten diese Augen zu einem Gesicht, strahlten in roter Glut, umrahmt von züngelndem Flammenhaar. Ihr Gewand regelte sich in ständiger Bewegung rot, gelb, orange um ihren Körper. Makoika vergaß die Lava unter sich. Er fühlte die Hitze nicht mehr und atmete frei, umgeben von Rauch- und Schwefelwolken. Das Einzige, was zählte, war ihr Blick. Makoika sah ihn an. Diesmal aber lagen in ihren Augen Freundlichkeit, Respekt und Wohlwollen. »Makonari, warum bist du zu mir gekommen?« fragte sie ihn. Makonari richtete sich auf. Er hielt ihrem Blick stand. »Ich bin gekommen, dich um Vergebung zu bitten. Ich war eigennützig und gemein, habe die Menschen um mich herum gequält und schließlich habe ich die Feuer unseres Dorfes gelöscht, um deinen Augen nicht mehr zu begegnen. Nun leidet mein Volk. Kälte und Dunkelheit haben in unserem Dorf Einzug gehalten. Den Menschen geht es schlecht und das ist meine Schuld. Ich weiß, du bist die Mutter unseres Stammes und ich bitte dich, mir zu verzeihen und mir das Feuer zu geben, damit ich es meinem Volke zurückbringen kann. Makoika sah Makonari lange an. »Du weichst meinen Blick nicht mehr aus und auch das Feuer deines Herzens verbrennt dich nicht mehr. Makonari, ich sehe wohl, dass du dich verändert hast und deine Schwäche erkennst. So will ich dir vergeben. Und auch das Feuer sollst du mit zu deinem Volke nehmen, das sich opferte, damit du lernen darfst. Nimm das von mir und kehre heim.« Mit diesen Worten warf sie ihm mit ihren Feuerhänden zwei Steine zu. Makonari hob sie auf und schaute Fragen zu Makoika hin. »Dies ist der Dienst, den du deinem Volke darbringen musst. Entzünde das Feuer und teile dein Wissen. Makonari und noch eins. Ich liebe den Duft getrockneter Kräuter. Sie rufen mich zu dir, wenn du mich brauchst.« Kühles Wasser ran an Makonaris Körper hinab. Verwirrt öffnete er die Augen. Sein Onkel Tutuni kniete vor ihm, wusch ihn mit einem Schwamm, den er immer wieder in eine Schale mit Wasser tauchte. Was war geschehen? Hatte er geträumt? Makonari sah sich um. War er nie in der Höhle von Makoika gewesen? Hatte er nie mit ihr gesprochen? Sein Blick fiel auf die Feuerstelle. Alte, kalte Asche lag darin. Kein Feuer erwärmte sie. Dann spürte er seine Hände, schaute auf sie hinab. Sie waren zu Fäusten geballt, hielten etwas fest, das sie nicht verlieren durften. Langsam öffnete Makonari seine Hände und fand die beiden Steine. Er schaute seinen Onkel an. Der lächelte nur und hielt den Blick gesenkt. Makonari stand auf. Er erinnerte sich an alles, an seinen Eigennutz, an die Augen im Feuer, an die Nacht, als er die Feuer löschte, an das Leiden seines Volkes ohne Licht und Wärme, an seine Entscheidung, die Feuergöttin aufzusuchen, an den beschwerlichen Weg und schließlich an die Begegnung mit Makoika. Dies ist der Dienst, den du deinem Volke darbringen musst. Entzünde das Feuer und teile dein Wissen. Diese Worte hatte sie zu ihm gesprochen. Makonari schaute die Steine an. Dann rieb er sie. Er schüttelte sie. Er legte sie in die Mitte der Feuerstelle und blie so stark er konnte. Nichts geschah. Stunde um Stunde, Tag um Tag, Woche um Woche versuchte Makonari, den Steinen ihr Geheimnis zu entlocken. Er trank ab und zu Wasser, aß nur selten, sprach zu niemandem. Seine Eltern sorgten sich, die Menschen seines Dorfes sahen sich fragend an, aber keiner wagte es, Makonari zu stören. Dann, eines Morgens, als die ersten Vögel ihr Lied sangen und die Sonne ihre ersten Strahlen zaghaft zur Erde schickte, zog ein Geruch in die Nase der Menschen, den sie lange vermisst hatten. Jubel brach aus und alle liefen zur Mitte des Dorfes, wo Makonari saß. Vor ihm brannte ein Feuer, schöner, heißer und heller als alle Feuer, die jemals im Dorf gebrannt hatten. Das Volk tanzte und sang, Makonaris Eltern umarmten ihren Sohn glücklich, Tutuni aber, sein Onkel, blickte ihm wissend in die Augen und verneigte sich voller Respekt vor Makonari. Makonari rief sein Volk ans Feuer. Alle setzten sich und Ruhe kehrte ein. Makonari hob die beiden Steine hoch in die Luft, damit alle sie sehen konnten. Dann streckte er die Arme aus und schlug sie gegeneinander, immer wieder und immer schneller. Und dann konnten ihn alle sehen, den Funken, der die Kraft des Feuers in sich trug. Die beiden Steine wurden von einem zum nächsten gereicht und jeder schlug sie so lange aneinander, bis die Funken flogen. Makonari aber nahm eine Handvoll Kräuter, die er gesammelt und getrocknet hatte, und warf sie ins Feuer. Und gleich waren sie da, die Augen im Feuer. Makoika sah ihn an. Er wich ihrem Blick nicht mehr aus. Sein Herz begann heiß zu pochen. Die Hitze strömte durch seinen Körper, breitete sich in jedem Winkel aus. Aber dieses Mal verspürte Makonari keine Angst und keinen Schmerz. Stattdessen fühlte er die Kraft des Feuers in sich. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 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 Untertitelung des ZDF für funk, 2017